Der Modellautoclub Hinterbrühl ist ein Vierteljahrhundert alt. Rund 40 Mitglieder nutzten die Möglichkeit, um nicht nur auf der Offroad-Strecke richtig Gas geben zu können, sondern auch auf der neu gebauten Crawler-Strecke ihre Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. Auf der Rennstrecke in der Hinterbrühl sind unter anderem auch Desert Trucks, Rock Racer oder Monster Trucks unterwegs.